Hallo, ich bin Maike. Herzlich Willkommen bei TV-Total. Heute mit dem Fall der Woche und den TV-Total-Tipps zum Wochenende. Außerdem zu Gast ist Nass-Schwester und Sängerin Party-Karrenbauer und Comedian Christian Trabitz. Und hier ist der Platzgeber, Stefan Raff. BC Halemazmin Dieser Tag ist Nass-Schwan-Schwan-Schwan 對啊 schon im Kronen Mäste Dankeschön, sehr freundlich. Toll, Maike, wie Sie das gemacht haben eben. Fehlerfrei. Am Schluss beinahe noch die Kehle geplatzt, aber klang gut, oder? Absolut fehlerfrei. Ja, herzlich willkommen bei TV Total, meine Damen und Herren. Heute Abend haben wir tolle Gäste für Sie und fantastisches Programm. Ich möchte Ihnen erstmal eine erschreckende Schlagzeile des Tages für heute zeigen. Schauen Sie hier, die größte Party der Stadt abgesagt, weil 200.000 Euro fehlen. Rettet die Love Parade. Die Love Parade findet vielleicht nicht mehr statt. Das ist für mich als Raver besonders schlimm. Ich weiß nicht, ob Sie mich gesehen haben. Ich war ja jedes Jahr da. Auch hier immer. Ah. Keine Love Parade mehr. So, Dankeschön. Funktioniert doch vom zweiten Mal gut, oder? Ich sehe, Sie waren auch immer auf der Love Parade. Ja, super. Heute haben sich schon 100 Ecstasy-Dealer arbeitslos gemeldet. Ja, das ist schlimm irgendwie, oder? Viele Raver sind mit dieser Entscheidung nicht einverstanden und haben sich am Samstag, nächsten Samstag im Tiergarten zu einem großen Protestpinkeln verabredet. Ja. Ja, oder? Ist das schlimm? Die Love Parade soll eventuell nicht mehr stattfinden. Ja, die Mädels können natürlich weiterhin im Sommer nach Berlin fahren und blank ziehen. Ja, das muss nicht unbedingt nur bei der Love Parade sein. Mir tun die Techno-Fans echt leid. Echt. Ja. Nicht, weil es die Love Parade nicht mehr gibt. Eigentlich nur aufgrund ihres Musikgeschmacks. Ja. Schade. Und drei Gründe, meine Damen und Herren, warum die Love Parade nicht sterben darf, haben wir jetzt für Sie hier. Schauen Sie mal. Hier sind drei gute Gründe, warum die Love Parade nicht sterben darf. Erster Grund, der Tiergarten. Immer wieder regen sich unverbesserliche Spießbürger darüber auf. Die Raver verunreinigen den Tiergarten und schaden damit der Flora. Totaler Quatsch. Dank der Düngemittel, die dem Urin beigemischt werden, hat sich die Natur im Tiergarten in den letzten 14 Jahren erstaunlich gebessert. Hier, 1985 vor dem ersten Rave. 1993 schon besser. Und hier der Tiergarten letztes Jahr. Na? Und auch das Wohl der Tiere im Tiergarten wäre ernsthaft bedroht. Hier, letztes Jahr während der Love Parade. Und hier die Reaktionen der Tiere, als sie heute vom Aus der Love Parade hörten. Zweiter Grund, warum die Love Parade bleiben muss. Das gesellige Beisammensein wird Millionen Ravon fehlen. Ihr, ihm und ihm. Nicht so sehr. Stattdessen müssen die Tanzfanatiker demnächst wieder in den eigenen vier Wänden feiern. Und der dritte Grund, warum die Love Parade bleiben muss. Was soll Dr. Motte denn sonst machen? Ja. The Love Parade darf nicht stellen. So, und meine Damen und Herren. Da habe ich das hier noch gelesen. Ich weiß nicht, ich habe es nicht vielleicht schon gestern mitbekommen. Denn der Stadtteil von Kerpen, in dem Michael Schumacher aufgewachsen ist, wird 2020 oder so ungefähr vom Braunkohlebagger gefressen. Das heißt, der wird komplett entvölkert, dieser Stadtteil, wird woanders wieder aufgebaut. Da steht jetzt Schumis Elternhaus. Und die eine oder andere Zeitung sagt, warum? Schumi hat doch genug Kohle, soll das Haus da Stück für Stück abbauen, in der Schweiz wieder aufbauen. Wäre vielleicht ein guter Tipp, um sein Elternhaus zu retten. Ich finde, er kann den ganzen Ort in der Schweiz wieder aufbauen. Kerpen am Genfer See neu aufbauen. Finde ich super, oder? Dann kann er in Kerpen wohnen und trotzdem Steuern sparen. Das lohnt sich doch. Und wenn Schumi schon mal dabei ist, nimm doch Tötensen und Eggenfelden gleich noch mit. Alles am Genfer See wieder aufbauen. Toll. Was nehmen die Schweizer uns als nächstes weg? Basel. Ostpreußen. Sudetenland. Was auch immer. Ich weiß nicht, ob Sie gestern Abend das Starduell gesehen haben. Neue Show auf RTL. Leute, die keiner kennt, singen gegeneinander. Und Starduell. Haben Sie nicht gesehen? Starduell? Oder wie wir sagen, die Vorentscheidung für die Comeback-Show. Gestern Abend bei RTL. Und ich habe mich echt gewundert. Wer hätte gedacht, dass beim Fernsehen so viele Leute arbeiten, die man noch niemals im Leben gesehen hat. Und der Top-Act des Abends war Sarah Kern. Ich dachte, wer ist denn Sarah Kern? Die Erfinderin der Seife? Oder was? Nie gehört. Fängt auf einmal an zu singen. Und zwar einen Titel von Cher. Und das muss ich unbedingt anschauen. Schauen Sie hier. Ich bin jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja Geil Super Damit hat der Terror endgültig Europa erreicht, meine Damen und Herren Scheer würde sich im Grabe rumdrehen, wenn sie das Oder zumindest Teile von ihr Wer ist die Frau? Ich kenne die nicht, hat die jemand schon mal irgendwie gesehen? Wahnsinn, oder? Aber egal, was sie vorher gemacht hat, ja? Sie soll dabei bleiben Toll, das Star-Duell bei RTL Und dann möchte ich Ihnen was zeigen aus dem ZDF, in der Sendung Hallo Deutschland War ein Bericht über Chiara Ohoven zu sehen Wird Ihnen jetzt auch auf den ersten Blick im ersten Moment nichts sagen, ja? Aber ist schon häufiger bei uns in der Sendung aufgetaucht, denn Chiara Ohoven hat eine bekannte Mutter Das ist nämlich Ute Ohoven und die ist von Beruf Benefiz-Lady, ja? Kennen Sie Benefiz-Lady? So? Hallo? Und wie die Mutter, so die Tochter, ja? Die möchte auch gerne Benefiz-Lady. Wir haben einen Ausschnitt von Chiara Ohoven gezeigt, die hat sich den Kopf so mit Silikon aufspritzen lassen, Ich weiß noch, ob Sie das mal gesehen haben Und die will auch Benefiz-Lady werden, weil sie sich natürlich für das Gute und für die gute Tat stark macht Und Sie wissen, wenn man Benefiz-Lady werden möchte, dann muss man das mit Leidenschaft tun, ja? Und Chiara Ohoven hat gesagt, ja, ich werde Benefiz-Lady und ich mache das mit Leidenschaft Und hat direkt mal behinderte Menschen besucht, ja? Und da können Sie auch mal sehen, mit welcher Leidenschaft Chiara Ohoven das betreibt Passen Sie mal auf Ganz wie die Mama kümmert sie sich um die Unfallopfer Ja, du schaffst das, okay? Ja, du schaffst das. Danke. Haben Sie das gesehen? Leidenschaftlich oder nicht? So stelle ich mir eine Benefiz-Lady vor. Ganz der Papa, kennen Sie den Papa? Ich muss weg. Ja, das ist der Papa von Chiara Ohoven. So, und jetzt will ich Ihnen was zeigen vom MDR, in der Sendung hier ab vier, wissen Sie, können Sie anrufen und wenn Sie Fragen haben, werden die dort beantwortet und Ihre Probleme unter Umständen gelöst. Und da ist ein älterer Mann, der etwas Probleme beim Sex hat und erklärt Ihnen gleich, worum es geht. Schauen Sie mal hier. Da haben wir einen Anrufer zu dem Thema, vielleicht sogar direkt. Hallo, wer ist dran? Ja, ich möchte keinen Namen sagen, aber ich möchte erklären, was passiert. Ich bekomme keine Erektion mehr und werde Ihnen erklären, wie das passiert ist. Ich bin 74 und meine Partnerin ist 80. Sie besteht darauf, dass wir es immer noch machen, aber es klappt nicht. Und sie hat es kaputt gemacht dadurch, dass sie immer was verlangt hat, wenn wir abends schlafen gegangen sind, immer erst nach elf, halb zwölf. Und da bin ich so müde, dann ist nichts passiert. Und jetzt passiert überhaupt nichts mehr. Tja. Dumm, oder? Und haben Sie am Anfang gehört, Sie haben am Anfang gehört, er möchte seinen Namen nicht sagen und das ist auch sein gutes Recht. Schließlich hat jeder ein Recht auf Privatsphäre, auch Klaus-Jürgen Wusso, meine Damen und Herren. Und dann möchte ich Ihnen was zeigen vom RBB, Rundfunk Berlin Brandenburg ist das genauer. Und da ist ein Beitrag zu sehen über einen Sammler, über einen Sammler, der diese kleinen Figuren und Spielereien aus den Überraschungseiern sammelt. Und jetzt ist ihm zu Ohren gekommen, dass manche Kinder diese kleinen Dinger da aus den Überraschungseiern verschlucken, in den Mund nehmen, verschlucken. Und das führt natürlich zu Problemen. Und wie man die lösen kann, da hat er einen besonders guten Tipp, unerklärtes recht deutlich. Aber auch andere Experten wie Heinzi von Heinzis Sammlershop in Berlin-Neukölln bleibt bei dieser pseudomedizinisch begründeten Attacke der EU-Bürokraten auf das deutschen liebstes Sammlerobjekt die Spucke weg. Immerhin haften doch immer noch Eltern auf ihre Kinder. Und wenn es mal verschlucken sollte, ist es das gleiche wie mit einem Bonbon, der verschluckt wird. Man braucht das Kind umdrehen und mal auf den Rücken zu klopfen, auf den Rücken zu klopfen und dann kommt er wieder raus. Ja. Ja. Also. Einfach umdrehen. Draufklopfen. Er hatte selber noch drei Happy Hippos im Mund. So, wir machen ein kleines bisschen Werbung, meine Damen und Herren. Und nach der Werbung sehen Sie bei uns das hier. Zu uns kommt Kati Karrenbauer. Dann haben wir den Fall der Woche. Und Christian Tramitz, den Sie unter anderem aus der Bulli-Parade kennen, ist bei uns zu Gast. Und natürlich die TV-Total-TV-Tipps zum Wochenende. Also, bleiben Sie dran. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. So. Das sind wir wieder. Gleich nochmal mit Kati Karrenbauer, Christian Tramitz, den TV-Total-TV-Tipps zum Wochenende. Und, 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 und. Ja, falls ihr uns gerade erst zuschalten, meine Damen und Herren, begrüße ich Sie. Mäh. Recht herzlich. Ich weiß ja, können Sie sich daran noch erinnern am Wochenende? Ach, du Scheiße. Das haben wir getan, oder? Eieieieieie. Und jetzt möchte ich Ihnen mal zeigen, jetzt möchte ich Ihnen mal zeigen, wie unglücklich das ist, wenn man eine Zeitung zu früh druckt. Ja, ich gucke heute am Kiosk und sehe die neue GQ, meine Damen und Herren. Schauen Sie mal. Siegertypen. Ja, hierzu folgendes. So. Ja. So ist das. Nicht zu voreilig sein. Meine Damen und Herren, jetzt kommt eine Frau zu uns, sie hat Hafturlaub. Und, äh, ja. Kommt aber noch in Ihrer Original-Knast-Kleidung zu uns, begrüßen Sie recht herzlich, Kathi Karrenbauer. Kathi Karrenbauer. Du siehst ja aus wie zu besten Aerobik-Zeiten. Dachte ich auch. Jane Fonda lässt grüßen. Ja, echt? Ähm, der Sommer ist ausgebrochen hier in Köln und heute war es einfach so toll und ich dachte mal Haare hoch, ein bisschen Farbe ins Leben. Ja, es sieht so aus, als ob es so Love Parade. Ja, mal gucken, vielleicht mache ich das ja auch. Oder der alte Fackelläufer. Wie der alte Fackelläufer? Naja, ähm, neulich hatte man mich angefragt, ob ich vielleicht auch die olympische Fackel tragen würde. Wie? Aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Wieso schaffe ich das? Wie kommt man denn zu der Ehre? Das würde ich ja direkt machen. Die olympische Fackel? Was soll ich da? Vielleicht sprechen wir dann später drüber. Nee, ich möchte das jetzt mal wissen. Wer fragt denn da? Ja, das war eine Presseabteilung, die dann angeboten bekommen hat, zwei, drei Fackelläufer zu stellen. Und dann musst du mit der Fackel? Da würde ich dann. Aber die Fackel ist ja, ich weiß nicht, wo sie gerade ist, in China oder so. Ja, die kommt aber hierher. Die kommt dann irgendwann. Das ist doch eine große Ehre, oder? Auch bei uns. Ich würde gerne hier die olympische Fackel. Hallo, falls Sie jetzt zuschauen. Wer ist das? Die olympische Fackel einmal hier durchs Studio tragen und dann hinten rausrennen und verstecken. Stimmt, das wäre ziemlich cool. Hinten raus. Geheimgang. Muss man da gewisse Bedingungen erfüllen? Mit Sicherheit, die guten Laufschuhe anhaben und einigermaßen trainiert sein. Aber du weißt das doch, Angela Jolie ist doch auch als Fackelträgerin für Athen. Ist mir nicht bewusst, aber dass sie hier durch Deutschland auch getragen wird, finde ich super. Echt, also falls sich jemand zuschaut, der hier für das Fackeltragen verantwortlich ist, ich würde gerne die Fackel hier vorne in Empfang nehmen, einmal durchs Studio tragen und hinten auspusten. Müssen die dann eigentlich wieder vorne anfangen, wenn einmal die Fackel aus ist? Ich habe keine Ahnung. Und dann hole ich mir noch Axel Schulz, der kommt dann mit seiner Fackelmann-Mütze und übernimmt da hinten. Ja, super. So, jetzt zu dir. Wie lange musst du noch sitzen? Wie lange sitzt du noch? Keine Ahnung. Wie, was, ist das im Film, in der Serie bekannt gegeben? Ganz am Anfang. Zu wie viele Jahren du verurteilt bist? Ja, ganz am Anfang, da bin ich ja wegen Bankraubs, Tateinheit der schweren Körperverletzung, verurteilt worden für zu dreieinhalb Jahren. Aber das läuft jetzt schon seit sieben. Ja, inzwischen. Man zwingt mich immer wieder auszubrechen. Und damit ich dann auch ein bisschen bleiben kann. Das zeigt man dann aber schon. Ja, ja. Dann lass dich doch direkt irgendwie zum Tode verurteilen. Nicht zum Tode, äh, lebenslänglich verurteilen. Dann geht die Serie eine Weile weiter, oder? Wir schauen mal, wir schauen mal. Also die Verträge laufen auf jeden Fall jetzt noch für ein Jahr. Und so lange werde ich auf jeden Fall noch inhaftiert bleiben. Hat man dich nicht gefragt, ob du beim Starduell mitsingst? Du bist doch eine ganz passable Sängerin. Ich habe vorhin die Ausschnitte gesehen und ich bin sehr froh, dass man mich nicht gefragt hat. Sarah Kern hätte ich jetzt dann doch nicht so gerne gegeben. Wer ist das? Sarah Kern ist die Ex-Frau von Herrn Kern, dem Modemacher. Das ist alles? Deswegen darf die da mitmachen? Die Frau von einem ist ja was kann? Ja, mittlerweile ist sie ja selber Designerin, so wie die Klatschspalten berichten. Selber Designerin? Aha. Hat die die Mütze gemacht? Nein, ehrlich nicht. Es gibt ja regelmäßig zu Hintergittern sehr erfolgreiche Musikalben. Das stimmt. Das ist das zweite jetzt? Genau, das ist die VÖ von der zweiten. Volume 2 steht ja auch dick drauf. Und da sind eben die Titel aus der 300. Folge drauf. Vier davon haben wir eben zum Besten gegeben. Übrigens kam man mich dann live am 9.05. mit Rolf Stahlhofen zusammen, mit dem ich auch die Sachen produziert habe. In meinem Club. Du singst selber da ein paar Songs drauf. Drei Songs habe ich drauf. Einen hat Stefan Ohlmann gemacht aus dem Trickstudio in Mannheim. Also es war so eher die Mannheimer Ecke, mit der ich zusammen produziert habe. Rolf Stahlhofen kennst du auch, Söhne Mannheims, ehemals mit Xavier Naidoo. Söhne Mannheims, Söhne Mannheims, Rolf Stahlhofen, Mannheim. Sag dir nichts. Doch, doch. Komm, hör auf. Natürlich, der mit der Glatze. Genau, cool. Siehste? Cool. Und wir sind am 9.05. bei uns im Club, im Kitchen Club in Wuppertal. Wenn du Zeit haben solltest, was du wieder mal nicht hast. Das ist ja geil, wenn man einen eigenen Laden hat und du hast ja so einen eigenen Musikclub, dann kann man da einfach auftreten. Da kann man da einfach auftreten und die Leute wird so zwingend. Heute gibt es alles umsonst, aber ich spiele, ja? Genau. Aber die haben ja auch schon große Bands gespielt, wie The Darkness zum Beispiel. The Darkness waren da, Justin hat bei uns gespielt, mehr oder weniger im kleinen Set mit der Gitarre. Okay, verstehe. Das ist ein reiner Musikclub oder ist das mehr eine Bar oder eine Disco? Das ist ein Musikclub. Mit Live-Acts. Ja, ab April hoffentlich, also ab Ende April jetzt hoffentlich vermehrt. Ja. Wir bauen das gerade noch so ein bisschen auf. Rolf und ich starten also Stahlhofen meets Karrenbauer. Okay, verstehe. Und gucken mal, ob wir Herrn Raab vielleicht auch dazu gewinnen können. Wir haben ja immer noch zu viel offen. Wir haben noch unsere Knast-Tour offen, wir haben noch deine Gastrolle bei uns. Ach ja, richtig schön. Bei Hintergittern offen. Du hast mir eine Gastrolle mal angerufen bei Hintergittern, ja. Ich im Frauenknast, können Sie sich das vorstellen? Das möchte ich auch wahnsinnig gerne noch haben. Cool, oder? Da müssen wir mal gucken, aber das, ich hab ja zugesagt. Du hast es zugesagt? Ja. Ich meine, hättest du nicht so wahnsinnig viel Zeit darauf verwandt, Max zum neuen Vertreter vom Grand Prix zu machen, vielleicht können wir da in der Richtung irgendwas machen. Könnte das sein. Ja, ich gucke mal, wenn ihr eine anständige Rolle habt, ich mach das direkt, wenn das nicht so viel Arbeit ist. Ja, das hat es ja damals gesagt. Nicht so viel Zeitaufwand. Gegen Arbeit hab ich ja nichts, aber gegen, ja und nicht so viel Text. Das kann ich auch nicht. Also so viel auswendig lernen, das geht nicht. Ich freue mich, dass du hier gewesen bist. Danke. Besorgen Sie sich das Album. Da sind tolle Songs drauf, auch von Kathi Karrenbauer selber. Oder schauen Sie sich Kathi Karrenbauer live im Kitchen Club an. 9.05. 9.05. In Wuppertal, ne? Aufsehen. Vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Kathi Karrenbauer, mein Damen und Herren. So, jetzt hab ich ganz vergessen. Will der Typ mit der Fackel, falls Sie zugucken, ja? Mal anrufen. Ich seh mich schon. Oder? Da, 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 da. Das wär, weißt du? In so einem durchsichtigen weißen Seidenkleid. Also ich kann, ich stehe auch gerne, ich kann auch gerne in Athen selber die Fackel, das olympische Feuer anzünden. Weißt du? Da krieg ich mich mit Sicherheit hin, oder? Nehme ich die Fackel und dann zünde ich an, ja? Also wenn Sie die Fackel haben, wenn Sie verantwortlich sind für die Fackel, ja dann bitte melden Sie sich bei uns. So, meine Damen und Herren, jetzt kommt ein junger Mann, den Sie unter anderem kennen aus der Bulli-Parade und seine erste eigene Comedy-Show startet am nächsten Montag hier bei ProSieben. Sie heißt Tramitz und Franz begrüßen Sie recht herzlich Christian Tramitz. So, Christian Tramitz, meine Damen und Herren. Dankeschön, danke. Oh, vielen Dank. Danke. So. Nee. Das ist doch gut. Was ist los? Alle bezahlt, oder? Ja. Ich finde die, ne? Ich glaube gerade. Dankeschön. Vielen Dank, sehr freundlich von Ihnen, mein Damen und Herren, jetzt reicht's. Ja, aber bist du auch interessiert daran, die goldene Fackel, sag ich schon, die Olympia-Fackel zu tragen? Die Olympia-Fackel? Ja, unbedingt. Vor allem bei mir durch den Ort, glaube ich, kommt das ziemlich gut. Wo wohnst du? Oder möchtest du nicht verraten? Weit weg, aber es hat, glaube ich, ungefähr 40 Einwohner und die interessieren sich alle wahnsinnig für die Olympische Fackel, glaube ich. Ja, wir werden sich freuen, wenn ihr damit vorbeikommt. Ja. Aber vielleicht sollte man die von Leichnitz damit betreuen, auch irgendwas zu machen. Gerade mit großem Vergnügen gesehen, sehr, sehr witzig. Unglaublich realitätsnahe Fälle. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, dass das genau so passiert ist eigentlich. Ja, selbstverständlich. Du hast ja Riesenerfolge mit der Bulli-Parade gehabt unter anderem und was auch in der einen oder anderen, kommen die Serie schon zu sehen? Kurz, ja, bevor sie abgesetzt wird. Bevor sie abgesetzt wird. Aber das wird mit der künftigen nicht passieren. Ja, hoffentlich nicht. Das ist deine eigene Show, da bist du selbst mit verantwortlich. Ja. Das ist deine erste eigene Sketch-Show. Richtig. Ja, sag ich das richtig? Ja, ist richtig, vollkommen richtig, ja. Wo du spielst zusammen mit Kollegen wie unter anderem Bernhard Hoäcker, machen dort mit, kennen wir noch wen? Ja, viele. Armin Rode, Christian Kleritschi, kennen wir noch. Christian Kleritschi? Christian Kleritschi spielt mit, ja, ja. Und gar nicht schlecht, vielleicht sehen wir es nachher. Der ist als Komiker, der hat doch bei Sat.1 mal Dingens moderiert. Ja, Quiz, Fragen beantworten. Nee, das hat er richtig gut gemacht. Es sind viele Überraschungen dabei, wo man gar nicht so glauben würde, dass die so lustig sind, aber bei mir wären die alle lustig. Selbstverständlich. Wann geht es los? Montag? Montag, ach, sag's. Ich weiß, 19 Uhr, nein, Quatsch, der 19.21.45 Uhr. Aber direkt vor uns läuft das, super. Ja, ich kann euch gut die Quote versauen. Nee, ich gehe mal davon aus, dass ihr einen anständigen Vorlauf nehmen sollt. Ja, natürlich. Und am 19. April geht es los, 21.45 Uhr. Wenn man kein Ende weiß, muss man am Schluss einer schießen. Also, anders geht es nicht. Ist das ein Original-Dialog aus dem Film oder wurde der dafür gemacht? Der ist dafür gemacht worden. Hast du den gesprochen? Lass mich hier zurück, ich bin nur eine Last für euch, klassischer Western-Satz. Ja, natürlich, dann kennst du dich ja auch. Sag ihn bitte mal. Lass mich hier zurück, ich bin nur eine Last für euch. Es nutzt nie was, es stirbt immer dann. Du bist auch ein großartiger Synchronisateur, sagt man das so? Du hast viele Filme synchronisiert? Ja. Unter anderem Teil für Findet Nemo auch. Was hast du in Deutsch gesprochen? Papa Fisch, Papa Marlin habe ich gesprochen. Wie spricht der? Ganz normal, so wie ich in dem Fall. Das ist ein Clown-Fisch, aber redet wie ich in dem Fall. Und du hast früher mal, das habe ich auch erst heute erfahren, du hast früher mal Kung-Fu-Filme synchronisiert? Ja, es ist relativ einfach. Ja. Zucker, Zucker, Zucker. Es ist eigentlich alles, genau. Oh, hau. Also das kommt dann auch immer noch vor, sogenannte Eastern. Es hat viel Spaß gemacht und man hat in relativ kurzer Zeit mit Lauten, so sagt man in der Synchronsprache, Lauten sind so, äh, viel Geld verdient. Weil egal ob man einen Satz hat oder einen Laut hat, man kriegt pro Laut. Aber die Laute werden die nicht dann von den Originalfilmen übernommen, sondern nur die Dialoge? Nein. Nee, das geht oft nicht, weil die Atmo dann irgendwie nicht stimmt. Also Gott sei Dank geht das nicht und man muss die Laute selber machen. Das macht viel Spaß. Und du bist ja auch, du bist ja richtig ausgebildeter Schauspieler, oder? Ja, kurz. Du hast das richtig gelernt, oder? Ja, zwei Monate war ich auf der Schauspielschule. Also eher kurz. Und warst auch schon mit Ingrid Steger auf Theatertournee? Ja. Bevor sie dann in die Klapse gekommen ist? Ja, aber dafür bin ich nicht verantwortlich. Also dafür bist du nicht verantwortlich? Ungefähr, ich glaube 15 Jahre her oder 20 Jahre her. Was 15 Jahre? Wie alt bist du denn? Sau alt. Ach du Scheiße. Das stimmt das? Ich gehe gleich. Das kann man gar nicht sagen. Das stimmt? Das stimmt wirklich, ja. Das ist unfassbar. Ich bin so alt, das ist unglaublich. Das gibt es gar nicht. Das würden Sie niemals vermuten. Stimmt die Zahl hier? Ja, ich glaube. 69. 68. Nein. Das hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Du bist 48 schon? Ja. Ich hätte dich jetzt mal für locker unter 40 gehalten. Toll gehalten. Ja, kommt gar keine Reaktion aus dem Publikum. Ja, kommt gar keine Reaktion aus dem Publikum. Ja, danke. Unter 40. Das ist aber lieb. Oder? Das war mir nicht bekannt. Das ist schon dieser Applaus, den auch Johannes Hesters kommt. Ja, das ist so fürs Lebenswerk. Jetzt haben wir so rausgekommen, ich bin 100 Jahre alt. Nee, ich werde 100 Jahre alt. Ich werde es ja jetzt. Ist er jetzt schon. Ist er jetzt schon. Ist er jetzt schon. Ja, der ist früher. Der ist jetzt schon 105, glaube ich, oder? Also, weiß ich nicht. Ich glaube, er ist schon 120. Hundejahre zumindest. Auf jeden Fall. Also, wenn du mit 100 noch aussiehst wie 87. Wie opi ist das? Wie opi ist das? Dann bin ich super drauf. Darfst du wieder hier reinkommen. Vielen Dank. Ja. Wie alt bist du dann? Knapp 50, oder? Ja, knapp 50. So, wir haben noch, weißt du, schon was am Wochenende guckst? Nein? Deswegen haben wir jetzt die TV-Total-TV-Tipps zum Wochenende, meine Damen und Herren. Die sollen sich nicht entgehen lassen. Ach, schönen guten Tag. Kommt rein in die gute Stube. Da ist schön warm. Danke, Mutti. Wir haben auch einen prima TV-Total-TV-Tipp zum Wochenende mitgebracht. Am Freitag geht's gleich los. Im Bayerischen Rundfunk kommt die Kunst des Klavierspielens. Gerade Anfänger machen da noch viele Fehler. Aber wenn man sein ganzes Leben lang übt, kann eigentlich jeder Klavier spielen lernen. Genau wie der Affe hier. Entschuldigung, falsches Bild. Den meine ich natürlich. Und denken Sie daran, entscheidend sind beim Klavierspielen die leisen Töne. Weiter geht's am Sonntag mit dem ARD-Ratgeber. Thema Fußpilz. Viele Menschen haben schlimmen Fußpilz. Auch wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht. Die Ursachen für Fußpilz können ganz unterschiedlich sein. Etwas, das man einmal in der Woche wäscht. Die Füße. Unser nächster Tipp, glaubwürdig im MDR. Sie wissen doch, was glaubwürdig ist. Das ist das Gegenteil von dem hier. Ich bin ein, nur, dass Ihre Lippen noch kussfreundlicher geworden sind. Nein, überhaupt nicht. Es kann sein, dass das durch die Haarfarbe, durch das helle Blond, alles viel mehr zur Optik kommt. Aber da ist gar nichts verändert. Nee, das glaub ich nicht. Und verglichen damit, ist das hier richtig glaubwürdig. Meine Frauenärztin hat zu mir gesagt, dass das Kind durch die Pille, also dass ich durch die Pille schwanger geworden. Und jetzt zum absoluten Highlight an diesem Wochenende. 50 Jahre Rock. Thomas Gottscheid präsentiert die Höhepunkte des Rock'n'Roll. Mit Chea. Come on! Hey Schnucki! Mach keinen Roki-Zucki! Jimmy Hendrix. Die Purple. Die Purple. Also ich brauch jeden Tag AC-DC. Ohne AC-DC, da ist der ganze Tag hinüber. Moment, wer war nochmal AC-DC? Eine Rock'n'Roll-Kombo aus Mördern, Kleinkriminellen und Drogensüchtigen. Aber auch am Sonntag gibt es tolle Sachen im Fernsehen. Zum Beispiel bei RTL 2 Zotti das Urviech. Mit ihm hier in der Hauptrolle. Ja, ist mir doch scheißegal. Ist mir alles scheißegal. Sollen sie doch. Ja, mir doch scheißegal. Und dann bei Super RTL für die Tierfreunde unter uns. Alle Hunde kommen in den Himmel. Ja, alle. Der hier kommt in den Himmel. Und der hier. Und der hier ist sogar schon da. Geschmacklos, ohne Ideen, nur Blödsinn. Eine Verarschung des Publikums. Stimmt, aber nicht so geschmacklos wie das hier. Und zum Ausgang des Wochenendes empfehlen wir um 17.25 Uhr auf dem RBB Ich trage einen großen Namen. Die Fortsetzung nach dem Erfolg von Ich trage eine große Brille. Und Ich trage einen großen Ast auf meiner Schulter. Das waren unsere Tipps. Wenn sie alles öde fanden, Lassen sie doch mal die Glotze aus Und machen sie was Sinnvolles. Nun lachen wir alle mal, Denn es war eine schöne, gemütliche Stunde. Auf Wiedersehen! Ja, unser TV-Betal-Gefalk ist zum Wochenende. So. Jetzt schauen wir mal. Jetzt gleich kommt nämlich mein Kollege Oliver Pocher. Ja. Der mit seiner Show Rente Pocher gleich hier nachzusehen ist. Und wenn man einen kleinen schalte, Olli, kannst du mich hören? Olli! Hallo! Hallo Stefan! Hallo! Ich kann leider nicht zu dir kommen. Ich sitze schon 20 Meter weiter links im anderen Studio, um gleich Rente Pocher aufzuzeichnen. Beziehungsweise es ist ja live, diese Sendung. Und wir haben fantastische Gäste. Die Gülcan ist auch da. Gülcan, möchtest du noch was dem Stefan sagen? Ja, hallo Stefan. Wir sehen uns später in der Türkei wieder, ne? Ja, das klären wir, warum Gülcan in die Türkei darf und ich nicht. Ich verstehe das irgendwie nicht. Außerdem bin ich gemietet worden als Tanzlehrer und ich bin ein unglaublicher Tanzlehrer und das musste ich den anderen Leuten auch zeigen. Und wir waren in einer Sauna- und Badelandschaft und was ich dort erlebt habe, hier ist ein kurzer Ausschnitt. Ach Olli, wo das gerade schon siehst, kannst du bitte mal eben den Aufbrust machen in der Blogsauna? Ich habe gerade keine Zeit. Also bleib dran, bis gleich. Ja, ich war bei Olli Pocher. Ja, und ab dem 19. das ist exakt in vier Tagen, nächsten Montag um 21.45 Uhr, schauen Sie bitte zu Tramitz und Friends, oder heißt es Endfriend? Keine Ahnung. Ich glaube End. Endfriend. Tramitz, Endfriend und am Montag bei uns zu Gast ist diese junge Frau hier, ja, Deutschlands neues Topmodel Eva Pattberg und Deutschlands männliches Topmodel Hugo Egon Balder ist bei uns am Montag zu Gast. Das war's für heute, vielen Dank, schönes Wochenende. Christian Tramitz, tschüss. Benediktorz Gelächter Vielen Dank.